Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wieder, euer Jesse und es gibt wieder mal gute Nachrichten. Und zwar für alle, die es sich immer gewünscht haben, es kommt ein Diablo 2. Gute Nachrichten, Ende. Nee, es geht natürlich noch ein bisschen weiter und zwar, wie es bereits geleakt wurde, hat ja Blizzard ein anderes Unternehmen gekauft und diese 200 Mitarbeiter arbeiten an einer Umsetzung an Diablo 2 Remastered. Das bedeutet, das Spiel, was vor ungefähr 20 Jahren rauskam, das ganze Genre mitgegründet hat, das kommt jetzt in eine Neuauflage. Die wirkliche Überraschung bei dem Spiel ist, dass eine komplett neue Grafikengine zum Einsatz kommt. Das heißt also, es sieht gar nicht mehr aus, wie eigentlich jetzt so ein Diablo 2, sondern es ist komplett in der Neuzeit angekommen. Das heißt auch alle Spieler, die vielleicht nie Diablo gespielt haben oder beziehungsweise nie Diablo 2 gespielt haben, die können damit natürlich auch voll einsteigen und werden nicht auch von diesem 8-Bit-Charme, den ja nicht jeder gut findet, praktisch davon abgeschreckt. Keine Angst mal für alle Veteranen unter euch, also für all die, die schon 1000 Stunden oder mehr gespielt haben. Es gibt auch hier die Möglichkeit, die Grafik umzustellen. Also ihr habt da die Einstellungen, dass ihr dieses 8-Bit-Flare, ich nenne es einfach 8-Bit-Flare, und dass ihr das hier mehr oder weniger mitbekommt. Das heißt also, ihr habt die Option, es so zu spielen, wie ihr möchtet. Wenn euch das wichtig ist, dass es aussieht wie früher, könnt ihr das aktivieren. Es wurden auch ein paar andere Features, wie nennen wir das, nennen wir mal, es wurden auch ein paar Updates gemacht. Also content-technisch ist es nichts Neues. Das muss man hier ganz klar sagen, da gab es auch schon ein paar Verwechslungen. Es ist kein neues Diablo 2. Es ist ein Diablo 2 Remastered, das bedeutet also, es gibt die 7 Klassen, es gibt die Akte, es gibt die Monster, die es gibt, es gibt die Items, die es gibt, und es gibt das Balancing, das es nun mal gibt. Also es wurde an diesen Mechaniken nichts gedreht, es wurde nur in unserer Zeit geholt. Es gab ein paar kleine Quality Updates, das bedeutet also als Beispiel, ein Gold kann jetzt automatisch aufgehoben werden, man muss nicht mehr alles durchklicken. Durchklicken, kleiner Spoiler, man kann es aber aktivieren, dass man alles klicken möchte, und es gibt jetzt einen Shared Space in der Truhe, das heißt, wenn ihr eine Gear zwischen den Klassen tauschen wollt, habt ihr in der Truhe dafür auch nochmal separat Platz. Also das sind schon so ein paar kleine Änderungen, die das Spiel einfach ein bisschen zeitgemäßer machen, das muss man auch dazu sagen, und natürlich auch ein bisschen angenehmer das Ganze zu spielen. Fangen wir mal mal vielleicht ganz von vorne an. Also es wurde ja im Vorfeld schon mal geleakt, dass es theoretisch ein D2 gibt, oder dass es ein Team an Diablo 2 arbeitet. Das war früher das Classic Team, das wurde aufgelöst, es wurde ein neues Studio gekauft, das ist jetzt das Classic Team, und mit über, glaube ich, 200 Leuten sitzt auch ein relativ großes Team daran, das hier voranzutreiben, und die nächste wirkliche Überraschung neben der Grafik ist natürlich das Release-Datum. Zwar soll jetzt ein Diablo 2 Resurrected noch im Jahr 2021 erscheinen, es wird auch eine technische Alpha und natürlich auch eine Beta geben, und da gibt es Gerüchte, dass diese bereits wenige Tage nach diesem BlizzConline-Event starten soll. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich denke mal, dass es so vor Ostern noch passiert, ist durchaus realistisch, weil ihr müsst ja bedenken, bis zum Jahresende muss das Ding raus, und wenn du zwei Testphasen hast, eine Testphase dauert zwischen zwei und vier Wochen in der Regel, da muss das erst evaluiert werden, und, 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 also ich denke mal, wir werden relativ bald wieder was von Diablo 2 hören, und wir werden das dann auch sehen. Also sehr viele User sind auch abgeschreckt bezüglich Warcraft 3 Reforged, wenn ihr das noch kennt, mit dem Codenamen oder dem Projektnamen Warcraft 3 Refund, und zwar wurden da ja Sachen gezeigt, die dann nicht im Spiel sind, und diese Angst ist jetzt natürlich auch bei Diablo 2, dass diese Szenen, die man zum Beispiel aus dem Trailer sieht oder so weiter, dass die ein bisschen aufpoliert wurden und dass das gar nicht so aussieht, wie es in Wirklichkeit aussieht, aber da wird uns die Alpha bzw. die Beta natürlich Abhilfe schaffen, und da wird man dann sehen, oh, es sieht wirklich so aus oder nein, es sieht nicht so aus. Des Weiteren ist das auch ein Vollpreistitel, obwohl Vollpreis ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, und zwar müsst ihr Diablo 2 neu kaufen. Also wenn ihr Diablo 2 mal gekauft habt, das geht nicht, ihr müsst es euch neu kaufen, kostet glaube ich entweder 39, 49 oder 59, und diese drei Preise haben auch schon ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Die Standardedition kostet 39,99, und die erweiterte Version, wo man praktisch noch zusätzlich eben für Diablo 3 so Flügel und so weiter kriegt, sollten hier irgendwo eingeblendet sein, also für so kosmetische Items in einem anderen Spiel, das kostet 59,99, und das ist im Endeffekt dann so eine Art Collectors Edition. Jetzt sagt ihr aber, es gibt auch noch einen Preis für 49, ja, und zwar kriegt ihr was gut geschrieben, wenn ihr Diablo 3 habt. Das bedeutet also, wenn ihr auf der Battlenet-Seite mit eurem Account eingeloggt seid, dann erkennt das System, ach, Moment mal, ihr habt ja schon mal Diablo 3 gekauft, ihr kriegt jetzt das Ganze einen 10er billiger. Ja, es sind noch ein paar andere Kleinigkeiten enthalten, das einfach mal unten durchlesen, es steht genau dabei. Ich weiß, die meisten sind nicht die größten Leser-Fans, aber das heißt mal, ihr müsst es auch nicht gleich kaufen, also man kriegt, das steht explizit dabei, nur wenn man sich das jetzt vorbestellt, hat man keinen garantierten Zugang auf die Testphase. Das wurde auch ein bisschen missinterpretiert, dass nämlich viele dachten so, jo, ich kauf das jetzt mal, und dann bin ich automatisch in der Testphase dabei, so funktioniert das nicht. Man kann sich anmelden, es werden zufällige Leute gezogen, so wie ich es ihnen schon in Diablo 4 erklärt habe, es gibt eine möglichst breite Masse, also wenn ihr ganz schlechte oder ganz gute Systeme habt, habt ihr ein bisschen eine höhere Chance, da einfach gezogen zu werden, was einfach daran liegt, dass Blizzard testen möchte, läuft es auf einen Toaster oder läuft es auf einen NASA-Wetter-Simulations-Rechner-Cluster, da muss man halt drauf schauen. Also die Wahrscheinlichkeiten sind gering, aber sie sind definitiv da. So, mal wieder back to topic, also Diablo 2, noch in diesem Jahr für alle Fans, grafiktechnisch sieht es erstaunlich gut aus, ich weiß nicht, wie sie das hinkriegt haben, ist mir auch komplett egal, ich möchte es ja nur spielen. Ein paar Quality Changes gibt es, wie eben mit der Kiste und und und, man kann einige Sachen einstellen, also für die 8-Bit-Fans von früher, die können sich das Ganze dann auch so spielen und dann schauen wir mal. Aber es muss natürlich klar sein, vom Balancing her, für die, die jetzt immer noch Diablo spielen, da gibt es ja sicherlich ein paar, die jetzt immer noch Diablo spielen, für euch, das, was jetzt im Diablo gut ist, ist natürlich auch im Remastered gut, weil es werden keine Balancers vorgenommen, also es kommen keine neuen Inhalte rein, es wird hier nichts geändert. Das heißt also, es ist wirklich nur zum Aufleben von dem, wie es damals war, oder halt für komplett neue Spieler. Ich vergleiche es gern ein bisschen mit WoW Classic. Viele haben WoW zum Release gespielt, ich war damals auch dabei. Und das Classic hatte ich wieder ein bisschen zurückgebracht, wie es damals ist. Für mich persönlich war es dann nichts, weil ich gesehen habe, dass da viele Sachen drin sind, die einfach fehlen, die ich persönlich einfach jetzt mittlerweile haben möchte. Deswegen habe ich nur relativ kurz Classic gespielt, weil ich schon wieder ganz vergessen habe, wie mühselig das damals alles war. Also mal schauen, wie es uns da mit Diablo 2 geht. Aber es dient natürlich perfekt zur Überbrückung, bis dann irgendwann mal Diablo 4 kommt, oder natürlich Diablo Immortal. Also ich habe jetzt hier in den letzten Videos der BlizzCon natürlich Diablo Immortal komplett aus und vor gelassen. Da mache ich euch noch ein paar Videos. Also für alle Handy-Fans unter euch, keine Angst, Freunde. Es kommen auch noch ein paar Diablo Immortal-Videos. Ich arbeite gerade nach und nach alles auf. Ja, nicht nervös werden, auch wenn ihr das Video jetzt am Handy schaut, ne. Und jetzt ist das Dankeschön dafür. Also das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Aber prinzipiell mal die Informationen. Ihr müsst es euch jetzt nicht gleich holen, das Diablo 2. Es wird noch ein bisschen dauern. Wartet die Testphase ab. Ja, ich bin da ziemlich confirm, dass ich da relativ gut dabei sein werde bei der Testphase. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Es ein bisschen mit der Community sharen. Also wenn ihr jetzt spezielle Fragen habt, die ihr gerne in der Alpha-Phase von Diablo 2 gesehen hättet. Also irgendwas, wo ihr der Meinung seid, funktioniert das oder nicht? Nutze bitte die Kommentarfunktion. Wenn dann die Zugänge da sind, kann ich mir das anschauen und kann das gezielt mal testen oder es gezielt mal in einem Beta- oder Alpha-Video zusammenfassen und dann einfach die Punkte runterrattern und sagen, okay, das sieht so aus, das sieht so aus, das sieht so aus. Wurde so gelöst. Das Gruppenspiel funktioniert so. Das mit der Shared-Kiste funktioniert so. Weil wir hatten auch im Stream relativ viele Fragen, wie sich denn das dann zum Beispiel mit den Sockets und den Runen und wie sich denn das Ganze dann im Neuen verhält. Also es verhält sich wie im Alten, aber da muss man ja trotzdem noch mal nachschauen. Also ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde es auch ganz cool, dass wir jetzt ein bisschen was kriegen. Lassen wir uns mal überraschen, was dann unterm Strich rauskommt. Also wir werden es jetzt nicht, also nicht zu sehr hypen, denn Warcraft 3 sitzt noch den meisten tief in den Knochen und tief im Geldbörserl, wie man so schön sagt. Also die, die es refundet haben, nicht. Aber ich hoffe mal, dass da ein solider Start hingelegt wird und dass wir ein gutes, altes Spiel kriegen, das einfach funktioniert. Das ist natürlich auch so eine Voraussetzung, dass man sagen kann, es muss natürlich funktionieren, weil wenn du jetzt so einen Hype hast wie damals zu WoW Classic, dass tausende, hunderttausende Spieler wieder rein wollen, dann knicken die Server weg, dann ist die erste Woche der Spielspaß natürlich auch ein bisschen überschaubar. Also ich hoffe mal, dass hier noch fleißig daran gearbeitet wird, dass die Alpha-Phase relativ frühzeitig startet, damit wir gleich im Vorfeld sehen, das Ganze sieht gut aus oder es sieht nicht so gut aus, aber ich denke mal, wir sind da auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, das war es schon wieder, Freunde. Ich bedanke mich, dass ich 10 Minuten eurer Zeit klauen durfte, fast 10 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nutzt die Kommentarfunktion, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und irgendwo hier sollte noch ein wichtiges Diablo 4 Video rumfliegen. Darum geht es eben um die neue Klasse, welche in Diablo 4 rausgekommen ist, denn schlussendlich warten wir auch alle irgendwie auf das Diablo 4. Jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit.